So, da sind wir da bei Sons of the Forest. Ich glaub 7 von 7. Ja. Letztes Mal hast du gesagt, oder? Was, 3? Letztes Mal hast du gesagt, 6. Aber jetzt ist es mir jetzt wieder nicht. Gut. Dann darf ich hier schon wieder alles tun. So, da hinten muss noch zugemacht werden, sonst könnte man hier aus Versehen reinfahren. Die brauchen wir dann auch gar nicht so weit nach hinten. Okay, wir sind wieder da, wo wir kurz hinter brauchen. Äh. Können wir hier auch einen Weg rein machen? Äh. Weil wir brauchen eigentlich nicht bis hier hinten hin, dass, äh. Ja. Dass man hier hinfahren kann. Wir könnten hier zu machen und dann hier eine Tür machen und das dann nach da oben führen lassen. Äh, das ja. Direkt in den Wehrgang rein. Ja. Ich brauche jetzt erstmal Holz hier. Äh. Nicht! Nicht als neben du. Du und du und... und du und ... und du... kein tag warum ist das ja das ist das ist da anders alles gedreht da als hier das auch wieder ausnehmen also wenn es gehen würde warum hast du das anders gedreht warum ist das hier anders ja ist doch egal ist mein dialog nicht hundertprozentig wiedergegeben ist doch egal ich habe mehr gesagt als das doch egal so kratz auch mehr gesagt dass so kritis er war ein komischer assassin's creed charakter er war viel und so war ein so vielleicht für die hilfe es ist seine kinder nicht gestorben was wir können welches ist das was sich am anfang genervt vom spiel ja komplett unnötig auch ja und dadurch spiel so geteilt als wäre das was trauriges was tragisches du hast dich halt nur für das kind was interessiert weil du kaum mit dem kind interagiert was ich habe mich halt gedacht oh ne jetzt siehst du ja schon wieder und dann bin ich nicht nimmst du ja dann bin ich beeinfelt hiermit verbunden okay jetzt ein bisschen zu stellen wie es kamen muss kamen wicke kurs die körper aus 50 kalorie ist hilferstahl blöd ist man kann hier ja wieder keine treppe hoch machen weil ja da müssten wir erst ein schief hinstellen damit das geht ja ich könnte ja wieder volle suppe machen ja das blöde hier finde ich ist ein bisschen du musst dir wirklich von anfang an schon gedanken darüber gemacht haben wie das am ende aussehen muss und bist nicht flexibel damit ja logisch quadratisch aquatisch kommt auch gibt hühnern wird so bei einem so viel ist super es ist ja nicht mal hohen da drin gesagt dass die rügel nicht das gut sind weil das nicht geht du und deine schlechte vorausstellung vorstellung ich habe eine bessere vorstellung als du ich habe mehr gezeichnet und mehr geschrieben meinst du was willst du heißt nicht das ist eine bessere vorstellung hast offensichtlich habe ich es außer ich bin wirklich die person die mit den tollen titeln aufkommt ich habe eine vorstellung bei sachen wo ich mir gedanken drüber mache dank dir verliere ich die ganzen kostüme für den ja du behältst die guten abgesehen vom badeentzug der sind im grunde nicht drin ist äh ok kann man das irgendwie fixen wenn man kann man auch wenn ich habe kann ich in was ist in und dem auch das ist das ist das was hier am Ende halt singt du musst hier auch ne das macht wenig Sinn wenn das hier offen bleibt das wird jetzt fahren ja da ist auch genügend Platz zum oben drehen zum wenden ich meine man muss aber auch schon ganz schön dir ein bisschen so nah in der Kurve aber dann hochzufahren auch ich will nicht dass du irgendwie so einen Fehler irgendwann begehst von daher machen wir das jetzt müssten wir so ne Garage auch drüben machen ich will nicht so spiel gut 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 ja gut geht nicht das geht nicht ja der will dir nix hinbauen hier in die Richtung du musst es noch höher machen das war nicht hoch genug ja erst platzieren und dann drauf geht nix geht nix 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 zur Not zur Not auch unten drunter zur Not auch unten drunter ja das ist von dem hier der da in der Wand ist den du da probisch hingesehen nix 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 auch tief Ne Mitchell Bootsgleich hoch sein sollte nix ich sehe nicht was du meinst Ja, komm mal von hier. Guck mal. Ich seh nicht, was du meinst. Ja, da ist so kleine Entendelung hier. Hier ist es halt niedriger als hier drüben. Hey, du kannst hier halt nichts hinsetzen, ist das Problem. Dort können wir auch nicht wegnehmen, wieder. So, das hier kann weg, dann geht dort. Und hier kann immer noch nichts drauf. Und immer noch nichts drauf. Fangen an. Ansonsten können wir das auch einfach zubohren. Ja. Dass man gar nicht erst reinfahren kann. Ja. 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 Genutliche. Ja. gedichte keine ahnung warum leute die unendliche geschichte mögen dies nicht mal unendlich eben ist von advertising 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 advertisement hier könnte ihr gewerbung stehen ist ist advertising advertising nicht einfach nur hier könnte ihr gewerbung stehen ja das ist falsch äh nein das ist falsch gut äh äh der virginia wollte sich gerade da hinsetzen auf den komischen pfahl dort vor so dann können wir hier die tür machen wenn das auto da weg ist was bist du eigentlich wenn du dich da vorne drauf stellst fährst du damit oder wirst weggeschoben oder okay ich kann einfach nicht losfahren gut dass wir das denken gut wow danke das hat einfach bullshit gut warum haben die stangen in der Mitte keine hitbox wir haben hitbox anscheinend denn nicht jetzt einfach was runter doch hehehehe so eigentlich reichen ne dann kriegst du noch höher hast du man kann damit sachen überfahren hast du das jetzt gesehen was gesehen ich hab kein wind überfahren dann pass auf damit wenn du damit rumfährst ja pass auf du hast da virginia direkt hinter dir ja 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 ich hab' dann ja 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 das war auch mal ja ja da ich bin so wir müssen hier noch zu machen damit hier nicht einfach alles durchlaufen kann dass hier ein geschlossener raum ist und dann müssen wir gucken wie wir von hier aus nach da oben reinkommen wieder herzinfarkt ja machst du das hier zu machen vielleicht ich habe dir gerade gesagt was jetzt unsere mission hier ist ich habe gar nicht zugehört gehabt wir nehmen holz verbauen das dazu da drinnen damit man dann da drinnen raum hat ja mache ich hinter der tür und aus dem raum möchte ich dann gerne treppe nach oben halt führen lassen das sollte ja nicht schwierig sein sollte eigentlich gehen ich kursen Roman mag Nickelback. Hä? Das ist so eine Nichtleidigung. Nichtleidigung? Ja. Nichtleidigung. Äh. Radididum. Radididum, oh oh. Schau, da komm, ist er die Dumme. Nein, Kevin, hau ab. Kannst du jetzt wieder mal was tun? Ja Sekunde, ich mach da was, was du schon länger vorhattest, aber was wir bisher einfach aus dem Grund nicht gemacht haben. So, ich hab den Müdigkeit, den Müdigkeitsmaket jetzt mit der Banter verbunden. Ja, aber wir können immer noch nicht da hoch. Das lässt sich fixen. Das lässt sich fixen. Und wenn du mit dem Bein dann einfach drangehst und dann wirst du hochgezogen. Gut. Hat der sich automatisch immer gepoliert? Ja. Ja. Wie mach ich das jetzt hier weg? Du willst. Ja. Das ist klar. Das ist hier oben. Ich muss das hier schief setzen. Achso. Äh. Gut. 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 Ich will sofort weg rein, sobald sie mal einen Snapper gesehen haben. Gut. Typ, du kannst durch die Tour um die Türen rumrennen. Ach, boah. Ach, guten Tag. Warum hat er ein normales T-Shirt an? Warum hat er normale Kleidung an? Hä, hast du das noch nie gesehen? Nee. Die haben doch ständig normale Kleidung an. Ich hatte zum ersten Mal. Spielzeit spiele auch nur mit ausgeschaltetem Musik. Keine Ahnung. Wir müssen die hier wegnehmen. Das, was da oben drauf ist. Dann müssen wir die halben kleinen Teile da wegnehmen. Und dann können wir das da unten wegnehmen. Sobald die weg sind, kann man das hier auch komplett wegnehmen. Natürlich musst du hier wieder so... Nein, das brauchen wir nicht. Hä? Sonst können wir da keine Treppe hin tun. Aber ohne das ging das Teil da oben nicht, was? Ja. Ich habe das inwendig. Das war right. Wie immer die Quere. Das war ganz gut. Was ist wohl das? Das war ganz gut. Aber ich habe gemütlich. er musste da oben auch noch machen oder ich wollte die nicht gemeint man kann das jetzt okay so jetzt ist eine treppe aber ich kann es hier halt auch nicht weitermachen wieder da jetzt auch die ganzen steine wieder rausnehmen wie lange ist die folge 28 der baut hat hier wenigstens hin akkio spiel was soll ich das dölzchen gebaut haben ich will da eine wand hinbauen, damit das hier nicht mehr offen ist spiel will aber keine wand da hin haben ich muss nur halbe ach so das sind drei viertel ok das nehmen wir so lange aus also hier müssten wir wahrscheinlich eh wieder die ganzen steine raus tun damit wir dann ja wieder hoch machen können knöpfe 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 schnöpfe 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 Das hier könnte cool werden, wenn wir hier fertig sind, irgendwann mal. Zum Beispiel mit dem inneren Mauern-Zeugs. Was sollte ich tun, noch kurz, vor Ende der Folge. Das blöd, dass das Inventar so langsam lädt, muss ich meine, es geht. Ja, das ist ja auch, es hätte im Update gefühlt. Warum ist Calvin schon wieder tot? Keine Ahnung. Alter, neue Edition. Addition. Let's Update. Boom. Warum sind da schon wieder zwei neue Sachen, die man aufbauen muss? Hä? Keine Ahnung. Die sind nicht von mir. Aber komm mal her. Das war jetzt noch fertig. Hast du dich gerade gespeichert? Ja, ich mach das trotzdem noch fertig und speichere dann nochmal. Oh, jetzt muss ich schon wieder. Nee, du machst das nicht fertig. Fick dich. Ich speichere das jetzt nicht mehr. Die sind schon Überlänge. Du nimmst auch schon wieder keinen Schaden. Ich nehm schon Schadler bisher durch Rüstung. Du machst nicht mal deine Animation, dass du Schaden nimmst. Das ist einfach Bullshit schon wieder. Fick dich doch. Alter, du scheiß Arschloch. Fick dich einfach. Du bist einfach nur ein Arschgeficktes Arschloch.